Hey, passt dein Ohrstöpsel? Ja, passt. Und der Sender? Sag mal was. Herr von Stauffenberg. Hey du Trottel, du bist nicht von Stauffenberg und auch kein Verräter. Geh einfach rein, schau, ob Tyson da ist und komm wieder raus. Klingt easy. Hey, warum machst du es da nicht einfach selbst? Nick sucht Tab mit dem Scanner. Dein Scanner ist mit allen Datenbanken auf lokaler und Bundesebene verbunden. Schöne neue Welt. Folge ihm mit dem Scanner, damit er es nicht versaut. Hey Mann, ich suche Tyson. Tyson? Das ist nicht so einfach. Mramsch an. Mann, jetzt. Lass mich nicht zu Hause. Alter, geh nach Hause. Ich muss Tyson sprechen. Ganz ruhig. Kreis dich mal zusammen. Bruder. Geh. Geh. Geh einfach. Jetzt wollen wir keinen. Lass ihn. Also gut. Lass den Scanner an und finde raus, was hier gespielt wird. Das Ding hat ein digitales Rechn-Mikrofon. Scanner den Bereich und hör zu. Hey, Fidel. Ganz schön dicke Luft hier drin. Ist Tyson da oder nicht? Ja, wir reden gleich. Verstanden. Verstanden. Tyson ist da hinten. Du hast fünf Minuten. Ja, danke, Mann. Tab. Was willst du hier? Das ist Tyson. Wir brauchen Beweise. Fuck. Ich kann Tyson nicht sehen. Tja, ich weiß auch nicht, Mann. Der soll sich bewegen. Hör auf, überall nach mir zu fragen. Das ist zu gefährlich. Tyson. Einmal noch. Bitte. Mann. Setz dich hin. Ich schau, ob ich was machen kann, okay? No problemo. Kein Problem, Mann. Moment mal. Wer ist das? Keine Ahnung. Was sollen wir machen? Wo, wo, wo? So geht das nicht. So geht das nicht. Es kenne so viele von den Typen wie möglich. Oh, Scheiße. Wir sind hinter Tyson her. Komm, wir müssen zu ihm. Los. Zentrale, hier 13. Hier wird geschossen. Wir greifen an. Alle Einheiten. Schießerei gemeldet. Ecke dritte und 33. Komm schon. Ich pass auf. Nimm die Typen fest. Leute aus Juarez angeheuert. Juarez? Meinst du echt, Nils holt Leute aus Juarez? Mehrere Ziele zur Aufgabe zwingen. Zücke deine Marke, um maximal drei Gegner zum Stehenbleiben zu zwingen. Die Aufmerksamkeitsanzeige füllt sich langsam, sobald ein Verdächtiger gefährlich wird. Um die Kontrolle bei der Verhaftung von Verdächtigen zu bewahren, wechselt deine Ziele zwischen ihnen hin und her. Halt, die Typen, die hier rumballern. Wer sind die? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Los, Nick. Nimm ihn fest. Drecksbullen. Keine Ahnung. Alles klar, Nick. Nimm den Kerl mit den Haftbefehlen fest. Haftbefehle. Überwältige Verbrecher mit ausstehenden Haftbefehlen. Nicht tödlich, um dir große Belohnungen zu sichern. Scanne und analysiere Verdächtige, um ausstehende Haftbefehle zu finden. Im Pausemenü kannst du dir per Haftbefehl gesuchte Verdächtige dann ansehen. Du hattest recht. Tappt der Verräter. Er hat uns zu ihm geführt. Ja, alle erwischt. Wir suchen noch nach Tyson. Polizei! Hände hoch! Sauber, Mendoza. Zentrale! Holt den Kerl ab! Ich wollte das letzte Haus sein, Halt! Halt! Ah! Ich bin nervös. Ich bin kacke aus. Scheiße, mein Mann. Vater! Hey! Keine Bewegung! Was soll das denn? Hier rüber! Hier rüber! Jetzt bin ich sicher. Jetzt ist er mir eben Mischa. Sprenger ich! Okay, das ist okay. Wir müssen passen da, Rücken. Was? Was war das? Bleib wo du bist! Was soll ich denn? Habt ihr was gehört? Was ist das? Scannen mal! Vielleicht gibt es Hinweise auf Kreise? Schon mal nicht schlecht. Sehr schön. Denkt an, sobald das Gerät brummt, ist Beweismaterial in der Nähe. Sobald das Gerät brummt, ist Beweismaterial in der Nähe. Nick, sieh dir das an. Hast du Tyson? Was zum Teufel? Kai, sieh mal. Tyson war gar nicht hier. Das war ein Videochat. Fuck. Vielleicht ist er noch da. Oh, fuck. Ihr Bullen hat sie hergeführt. Nicht wahr? Tut mir leid, die hatten es auf dich abgesehen. Hallöchen, Tyson. Oh, Mann. Das wird ja immer besser. Hey, dein Kumpel Tapp ist weg. Und deine Leute sind tot. Fuck! Hey. Das sind nicht meine Leute, okay? Ich schenke denen nur manchmal was, klar? Wer will dich umbringen, Tyson? Tja, sowas erfährt man halt normalerweise nicht vorher. Sag uns, wo du bist. Wir können dir helfen. Sorry. Da hab ich meine Zweifel. Verdammt. Und jetzt? Wenn wir Tyson nicht kriegen, ist er tot. Zentrale hier 13. Wir müssen dringend eine IP-Verbindung nachverfolgen. 13, Verfolgung läuft. Und wir sind verbunden. Brauchen noch ein paar Minuten, 13. Verstanden. Also los. Die Jungs werden noch eine Weile brauchen dafür. Wir wissen, was Tyson vorhat. Aber nicht, wo er ist. Los nach oben! Wir müssen ihn finden! Scheiße! Wendosa, wir müssen hier raus. Na, recht. Letzte bekannte Position. Gegner untersuchen den Ort, wo sie dich zuletzt gesehen oder gehört haben. Er wird durch einen orangenen Kreis angezeigt. Wenn dich jemand sucht, wird über seinem Kopf ein Fragezeichen angezeigt. Verstecke dich vor suchenden Gegnern oder entkomme ihn. Wenn sie dich nicht finden, suchen sie woanders. Hey, was soll er? Bevor noch mehr kommt! Es ist der Kopf! Feuer, Feuer! Heißen, Mädchen, schüße an den Acola-Projekten. Fuck! Los! Los, rein! 55, weg da! Wir wollen die Kerle doch nicht aufdecken! Okay. Los, mach hin, Mendoza! Durchsuchungsbefehl habt ihr, oder? Ganz ruhig jetzt. Scheinst du dich wohl mit deinen Grundrechten auszukennen? Wir sind nicht hier, um dich zu verhaften. Raus hier, los! Ich hol meine Sachen. Hey, erklärst du uns bitte mal, was los ist? Ich mach den ganzen Tag nur eins. Tawellen ausfüllen. Auf der Straße war ich schon ewig nicht mehr. Mittlerweile bekämpft jeder jeden, und ich suche mir scheinbar immer die falsche Seite aus. Mehr weiß ich nicht. Können wir das woanders beschreiben? Nein! Scheiße! Ja, wow. Wie schlimm ist es denn? Oh Mann. Gott! Scheiße! Pass auf. Ich drück die Wunde ab, okay? Okay. Auf! Dann! Dann! Ich weiß, ich weiß. Halt einfach durch. Wir sind nicht wegen dir hier! Nick. Ich bleibe bei dir. Leck mich! Schnappt euch, Tais! Und mach den Kopf! Komm! 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 Kai! Kai! Kai, sieh mich an! Kai! Bleib bei mir! Komm! 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 Oh! Scheiße! Kai! 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 Geht los! Gleich von den Zeichnern! Waffe auf den Boden! Rütze auf den Boden! Hey, hey! Wir sind Kops! Wir sind Kops! Sie ist verwundet! Ich glaube, es ist die Arterie. Du hättest vielleicht verbluten können. Hände hoch! Bevor! Das ist ja meine Begrüßung. Detective, wer ist das? Du meinst den? Kennt sich mit Hapellen aus.